Er war unschuldig, mit der Gabe gesegnet. Ich glaube, ich kann dir mehr beibringen, als nur lesen und schreiben. Überwältigt von den Kräften. Glaubt ihr, er hätte euch diesen Befehl gegeben, ohne euch dazu auch die Kraft zu verleihen. Und verführt durch die Versuchung. Bis seine Mission zur Besessenheit wurde. Der leibhaftige Satan wartet dort, um mich zu zerfleischen. Sie stehen sich gegenüber von Angesicht zu Angesicht. Sie sehen das wahrhaft Böse, das danach trachtet, sie alle zu vernichten. Er ist bei uns. Im Namen Gottes des Vaters. Ich habe ihn geschehen, den leibhaftigen Satan. Und des Sohnes. Hilf mir, Will. Er macht ihn zu seinem Handlanger. In der Nacht der Dämonen. Und der Gesetze des Himmels. Lauf weg! Gott segne dich. Nacht der Dämonen. Ein übernatürlicher Thriller. Ich habe Satan gesehen. Und der Dämonen. Untertitelung des ZDF, 2020